ein wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zu einer neuen folge von 7 days today mit dem krean hallo yogi wir sind im us military outpost 7 und der kollege findet es nicht gut dass wir hier sind deswegen schießen wir frei laufig ich weiß nicht ob es beim nachbar jetzt irgendwo ist oder bis oben ist ich glaube ihr nachbar gebäude was das am rom machen ist wir können hier drüben endlich billiards spielen und besiegt auf die auf die auf die wir können uns was kaufen und endlich auch ein bisschen auf vier gewichte training also ich nehme jetzt kein wasser also keine vergammeltes wasser mit mir kann richtig habe habe ich gelesen die könnte was für unseren dings bringen soll es ja sonst noch relativ relativ und spektakulär lernen ja dann können wir meine ich könnte mal habe ich die menschen stecken hier habe ich da unten ist sowas hier gibt ja mit plastik wenn solche auseinandernehmen macht kann ich gehe mal gucken wo der wo der lärm daherkommt ja ich würde auch gleich nachkommen ich glaube hier noch ein bisschen sehr ausdauerintensiv zombies verprügeln ist nicht das ist außerhalb also außerhalb der military base hallo einmal ganz kurz aufgeräumt hier geht ja nicht ich fühle mal ein bisschen im dreck rum war kleber drin perfekt wir haben besucht ja habe ich jetzt mal links und hier kommt noch einer pass auf hier sind motor über den mitnehmen kriegen packen wir aufs fahrrad richtig ja kommst du auf jeden fall weit mit weißt du was in dem geilen empty in dem geilen army truck hier war nichts doch ein murky water wow in diesem geilen army truck ist ein murky water schmeiße ich direkt weg hier sind einige kochbücher drin in der großen packkiste hier war eine feder steinsperr willst du eine college jacke anziehen was kann die weiß ich nicht dann nicht du bist bei forts weiter als ich kann sein guck mal bitte nach warum ist hier so düster auf einmal drin ja dann ist hier ein buch für dich kohle ich habe zwei skill punkte die vergeben können und lila farbe ist mir egal du bist da oben schon am looten ja ja ich muss mich nur glaube ich jetzt gerade mal kurz umziehen weil was für scrap klaus hast du vom level her ich habe keine scrap klaus ich habe padded klaus willst du scrap klaus wir haben hast du für ein level oder welche stärke ja würde ich nehmen also weil ich ich habe tatsächlich aktuell bin ich auf paddelt weil ich das irgendwie angenehmer finde hier würden die liegen dankeschön bitteschön kann ich die reparieren das kann ich jetzt natürlich nicht sagen soll ich in der cowboy hat müsste ich im fahrrad gucken ich da eisen reingepackt habe oder warte und prepare aber es reicht nicht auch mehr dann kann ich kein licht mehr wenn ich den cowboyhut auf die eisen brauchst du ich hätte noch 34 einstecken ich habe mir gerade 16 geholt okay so und da oben war noch eine lila hatte ich die jetzt gelobt da hatte ich die noch nicht gelootet ah da ist die college jacke drin run speed nehmen wir vielleicht doch die college jacke gut ich würde sagen wir können zum nächsten gebäude gehen oder hier ja ja ich weiß es ist heiß ich bin jetzt schneller schneller ich glaube dass wir das ein boss gebäude weil da ist auf jeden fall im keller lass uns erstmal das hier machen hallo junger mann einmal ganz kurz die leiche noch getötet jetzt müssen wir alles leichen also gehen wir hier mal gucken eine baracke nehme ich an wir haben hier einen herrn der von unseren besuchen nicht so erfreut ist gut er hatte gerade niggerchen gemacht obwohl er wahrscheinlich wachdienst hatte gestern ein bisschen viel gegessen der hängen gegen die der mich schon raus also das ist natürlich und während der hier niggerchen macht obwohl er wachdienst gehabt hätte was kommt zwei jorden wie wir die ganze bude leerräumen so wir trinken mal weil wir immer sehr viel durst haben wo kommt das geräusch hier außen oder hier hinten irgendwo ich tendiere richtung außen mach mal die tür zu dass wenn er von außen kommt ich krieg hier nichts was man looten kann außer dir dieses locker am ende der die gehen bei mir nicht looten er will reinkommen bei mir auch nur zwei gegen für eine nightstand aber da ist ein hübsches unterhemd drin das muss ich jetzt nicht unbedingt haben wow kannst du wieder aufhören dich da genau dann wegzudrehen wenn ich schieße danke er ist military trained krieger natürlich macht er das so nein der dusch ist noch ein bisschen trash in form von machine gun parts so du bist hier hinten schon ich glaube das war es tatsächlich oder wollte ich gerade sagen also außer auf dem dach könnte noch was sein da müssten wir irgendwie hoch kommen aber da sollten wir uns hoch bauen glaube ich ja sieht jetzt auch nicht so aber manchmal sind ja ein shipping krate oder so also muss ja nicht sein aber hier haut ja ja ich weiß dass ich heiß bin ich gehe mal hier drüben das andere gebäude schon mal rein schon mal an zu gucken was da so sache ist ja da muss ja theoretisch jetzt mal ordentlich was drin sein hallo büro es ist heiß da ist verschlossen da ist offen hallo wartebereich oh ja da ist einer das war mein letzter aloe beera schuss der gute tschüss da ist nicht dass hier gar kein platz ist da hat sich hoffentlich gelohnt aber mal rein auch ein medical journey besser als nix level 18 medical au 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 das war dumm geht's oder ja ja ich bin nur ich wollte auf die mauer springen habe ich auch gemacht nur das problem ist dass er schon mit dem kopf gelandet achso Kochbuch Kochbuch für den Kreon liegt hier jawoll und auch kein mensch mir fehlen noch 14 Kochbuch hier mir fehlen noch 13 was lese ich raus die scheiß potato hier mir fehlen noch 12 aber ich könnte auch die kenne auf die lima snacken und dann kann ich das collect von hallo hier oh ich kann jetzt das pipe rifle level 4 machen kriegen oh nice das ist ein deutlicher unterschied ich glaube noch mit der 2 herum ja gehen wir erst nach oben oder würde ich tendenziell sagen ja beider unlocked hallo da liegt einer hallo hier türe nach außen balkon murky water oh bird nest also die unlock die andere dort führt nur einmal im kreis quasi packen 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 hype machine gun quality level 2 komm kaffeebohnen nehmen wir mal mit ja auf jeden fall oder sieht hier ist noch eine dame hier war eine dame ich habe ein skill point rule number one cardio wir müssen erst noch fortitude was kriege ich wenn ich die sachen abhau elektrik wahrscheinlich oder ne kannst du oben noch federn holen wenn du willst ja wo oben ah da drüben ganz oben blaubeeren seeds glaube ich gerade gesnackt rum hier liegt noch ein geier für dich wenn du noch höher gehst naja ich bin auf dem weg schon quasi hab grad geguckt wo mein messerchen ist naja ich habe kein inventar space für geier ja bevor wir runter gehen würde ich gerne zusammenlegen kurz ja ja scheiß mal auf den knochen den will ich nett ich will die fehler könnt ihr das nicht decken dass in einem sack die federn sind im anderen die die knochen und nicht hier überall irgendwas rum liegt wenn ihr schon alles in säcke abpackt unten ist eine dame die hat stress oder macht stress ach ja ich gebe dir mal ein bisschen beten ziehen was machen wir eigentlich mit den old gem anti bj ok die sollte man vielleicht dann behalten davon haben wir noch glaube ich drei stacks zu hause rumliegen ok dann kann ich es auch wegschmeißen außerdem habe ich eh noch gar nicht die die fähigkeit das zu machen oder das ist korrekt äh clay kann ich eigentlich auch wegschmeißen das old aloe vera was für ähm padded gloves hast du aktuell wahrscheinlich guter oder äh level 3 glaube ich habe ich die ich habe auch dreier hier sonst würde ich die dreier eben padded gloves die kannst du scrapchen aber dementsprechend würde ich sagen ja ähm led brass und parts in allen formen und farben ja led brass und ja kannst du mir geben led brass und eisen kannst du mir geben habe ich schon hier led brass und iron da ist iron sehr schön blueberry pie den kann ich essen demnächst einfach 45 frasen ja ich glaube das ist erstmal gut jetzt hast du zufällig noch steine einstecken äh ja hier liegen jetzt tatsächlich sehr schön kann auch direkt mal ein paar mehr arrows kräften also ob im keller sagst du ja wollen wir es 18 22 ja wir sind ja schnell wieder draußen zur not so ich sehe hier schon mal direkt ein bag weil das ist der bag den ich von da gesehen habe oh hier ist der gute stuff drin krieren da ist der richtig gute stuff drin hier ist der gute stuff ein klo so fertig ja wecken wir mal ein paar monster sagst du soll ich mit der mensch dich schneller kaputt machen sollen wir uns notfalls äh einen ausgang da rechts machen dass wir nicht durch das treppenhaus müssen das ist ja recht breit eigentlich hier ist auch kein sauer drin ah so viel zum thema das ist kein sauer und rennen oha deswegen rennen 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 ich bin hilfe hilfe ja 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 sind auch hinter mir her ja er rennt ja ich bin down keine chance ich habe keine stamina ich schieße auf ihn jetzt rennt er mir nach ich habe 23 hp und ich bin wieder infiziert ja das ist kein problem ich höre noch einen und jetzt ist du der kommt jetzt immer noch der gleiche down aber gut gemacht was auch super weise danke hast du auch ein splint dabei sehr gut ok kann ich gar nicht nutzen was habe ich denn einfach nur eine ah knie kaputt ja ja das ist das was ich die ganze zeit schon habe und jetzt auch wieder verlängert wurde weil ich wieder auf die fresse bekommen habe ja ok huh geh mal wieder rein oder willst du sagen nixer tag das ist 20 uhr ja warte ich würde dann eher hier den schnelleingang machen oder ja die stehen hier drüben und sind motiviert ja aber die sind langsam alles cool zumindest die zwei military 1000 hat auch zu viel zu viel power die er da braucht zu viel stabilität aktuell habe ich hier zwei military und ein hazard aber alle drei langsam der hält er wieder dinge ja der ist schon tot so ich meine da wäre aber noch irgendwo einer so pass auf ne hier rechts wird vielleicht noch einer drin sein das kann sein wir haben keine lockpicks oder ok hört auf ist keiner mitrennen hast du lockpicks nup wie viel hat er 5000 5000 es geht haben wir jetzt 21 uhr sollen wir raus oder sollen wir den machen ich würde sagen wir machen den noch oder ja würde ich auch sagen würde ich auch sagen wenn wir zu not kommen müssen wir erst rennen mein gott erst bisschen rennen schaffen wir ich erstmal kurz was ich kann jetzt den pipe baton quality 4 machen kreieren ja aber ich würde wenn überhaupt den richtigen schläger prübel der gehört interessanterweise auch zu robotic parts und nicht für nicht für knüppel oder so ich höre links vor mir ich sehe nix auf jeden fall ich habe sogar ein ich kriege sogar ein eisen ab und zu da raus ich stell mich mal hier hoch dass ich immer ein bisschen darüber gucken kann eher ja und was war gutes drin zwei gammel bücher eine insulated liner mod macht cold resistant leider nur und explosion resistant plus eins und iron cloths stufe drei wollen wir jetzt hier unten warten oder wollen wir hoch und schnell raus richtung fahrrad fahrrad ja warte stopp 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 das machen wir in der nächsten episode ok 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 euch bis dahin noch einen schönen tag und auf wiedersehen bleibt gesund haut rein bye bye